Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, wo es um das spannende Thema der Frequenzanwendung mit dem Diamond Shield Zapper geht. Bevor wir loslegen, möchte ich dich noch kurz daran erinnern, den Kanal zu abonnieren und wenn du die Glocke drückst, wirst du über alle weiteren interessanten Inhalte auf dem Laufenden gehalten. Denn ich freue mich natürlich immer über neue Abonnenten und deine Unterstützung. Ebenfalls freue ich mich heute ganz besonders, unsere lang ersehnte Diamond Shield Community vorzustellen. Was genau das ist und wie du dorthin kommst, zeige ich dir jetzt und wir machen das jetzt auch gleich mal gemeinsam. Du gehst auf www.diamondshieldzapper.com und siehst hier oben rechts schon den Button Community. Wenn du den angeklickt hast, siehst du hier das Anmeldefenster und unten findest du den Registrieren Button. Das Ganze ist natürlich kostenlos und du registrierst dich, indem du die Leerzeilen ausfüllst, deine E-Mail-Adresse eingeben, das Kästchen zum Datenschutz anklicken und abschicken. Dein Antrag wird jetzt von einem Mitarbeiter geprüft und du bekommst in ein bis zwei Tagen die Freischaltungs-E-Mail. Wenn du diese bekommen hast, kannst du dich mit deinen Zugangsdaten ganz normal anmelden. Jetzt bist du auf deinem Profil. Wenn du willst, kannst du hier ein Foto einfügen und wenn du auf das Rädchen klickst, öffnet sich ein Kasten, in dem du auch kurz was über dich schreiben kannst. Wenn du dann hier oben rechts auf deinen Namen gehst, siehst du drei Kategorien. Unter Videos findest du die Zapper-Webinare von Heilpraktiker Axel Forstner chronologisch geordnet. Das erste ist immer das zuletzt aufgezeichnete. Unter jedem Video gibt es auch eine Kurzbeschreibung, so kannst du vorab schon schauen, ob du im Video für dich relevante Themen findest. Die nächste Kategorie Tipps und Tricks, da findest du Videos, Blogbeiträge, du kannst dir das Einführungswebinar anschauen und wenn du die Zapper-Playlist anklickst, wirst du direkt hierher zu YouTube auf diesen Kanal weitergeleitet und findest da bestimmt auch das ein oder andere, was dir weiterhilft. Und die dritte Kategorie ist ein vom Anbieter moderiertes Forum. Da stehen schon ein paar Sachen drin. Du kannst Fragen stellen, die auch von Fachleuten beantwortet werden. Du kannst dich mit anderen austauschen und ich freue mich wirklich sehr darüber, denn es ist eben eine geschlossene Gruppe. Deshalb kann man sich dort auch offen über Themen austauschen. So ein Austauschforum lebt natürlich von dem Miteinander seiner Mitglieder, heißt je mehr jeder Einzelne dazu beiträgt. Umso interessanter wird das Ganze. Dass es in so einem Forum gewisse Kommunikationsregeln gibt, muss ich wohl nicht explizit erwähnen, denn ein wertschätzender Umgang mit jedem Einzelnen ist wohl selbstverständlich. Ich finde, mit dieser neuen Community ist wirklich für jeden Diamond Shield Anwender was ganz ganz Tolles entstanden. Denn wenn du dieses Gerät zu Hause hast, sollte das Ganze ja auch von Nutzen sein. Und gerade wenn du mal das Gefühl hast, du kommst mit dem einen oder anderen Thema so gar nicht weiter, findest du jetzt unkompliziert Hilfe. Und da es eben ein geschlossener Bereich ist, kann der Austausch auch im Klartext stattfinden. Falls du dir einen Zapper, Zubehör oder auch anderes zulegen willst, möchte ich dich gerne noch auf die Affiliate Licks unter den Videos hinweisen. Wenn du darüber etwas bestellst, kannst du 5% sparen und ich bekomme auch einen kleinen Anteil. Ich freue mich, wenn wir uns in der Diamond Shield Community über den Weg laufen und schau gerne wieder vorbei. Alles Gute für dich! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020